Das Werk Nova ist eine Galerie oder Tribune der Renaissance-Stil. Offen für das aktuelle Quadrat der Jungfrau ist die historisch erhaltene Namen des Plaza de la S.I.U. Diese Galerie von drei Etagen mit offenen Bögen der Renaissance-Stil, im Erdgesetzes Gepos, Ionian, Oben und Toskana, in der Mitte, war die Betrachtung der öffentlichen Unterhaltung, wie Prozessionen und Leistungen durch die Chorherren zugeschrieben. Das heißt auch Ludgeta Delskennenges, der Salat, oder das Kapitol, aus dem Kapitel. Seine Konstruktion begann 1566, unter der Leitung des Architekten Miguel Porca, Tischler und K. war Gaspar Gregory. In einem von der Restaurierung der Kathedrale, während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde abgeschafft, wurden das Dach und die Balkon und deren Spalten sehr sichtbar, wie eine Art römisches Theater mit der Kathedrale verbunden. Im Gegenzug kann der gotische Dome jetzt besser vom Platz der Jungfrau Maria abgesehen werden. Nur passt die Nova-Arbeit auf unserer linken Seite, ist die Tür der Apostel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017